The Evil Within Folge 5 mittlerweile schon und wir fangen mal wieder an zu schleichen mein Gott ist das gruselig oh, wir haben einen Kontrollpunkt erreicht das heißt wenn wir sterben wachen wir hier wieder auf anscheinend jetzt habe ich leider keine Flasche mehr für den Ochsen da oben für den Otto das heißt ich werde mal einen großen Bogen um ihn schlagen einen sehr sehr großen Bogen um ihn vielleicht weiträumig zu umfahren ja, man weiß es ja nicht nein Quatsch wir müssen natürlich schauen dass wir der guckt schon so dämlich hier rüber der Otto, der hat uns noch nicht gesehen oder? ich weiß gar nicht gehe ich hier überhaupt richtig? laufe ich hier überhaupt richtig? ich weiß es gar nicht der sieht uns doch schon oder nicht? und hier komme ich eh nicht weiter, oder? nö oder? kann ich hier klettern? nö hey du Otto der hat irgendwas im Kopf ich weiß nicht, ich kann es nicht erkennen ich weiß nicht was es ist auf jeden Fall sieht er uns er guckt uns auf jeden Fall an also weiß er auch, dass wir hier sind ist natürlich nicht sehr schön naja gut vielleicht verlieren ihn gleich seine Augen uns ach ja so ein bisschen Holz hacken hätte ich jetzt auch Lust ja warum nicht? ist ja so schön gemütlich dunkel hier da kann man mal so für die Winterzeit ein wenig Holz hacken der sieht uns doch schon oder nicht? oder? ist es nur einer? ich hoffe mal weil mhm da links habe ich gerade einen gesehen mit einer Fackel mhm seht ihr ihn auch? ja ich hoffe mal schon ähm ach du scheiße ach du scheiße ich würde gerne den vorne erledigen ach da oben läuft auch einer mit einer Fackel warum fliegen hier so viele ach das sind Blätter oder? das sieht ein bisschen aus wie Knochen was hier fliegen aber das sollen noch Blätter sein oder? ich glaube schon äh ich weiß zwar nicht wo wir hin müssen ich denke mir mal dass wir wohl da lang müssen wo oh hier liegt eine Leiche oder zwei oder ach ne man kann ach so man kann hier das Dings anzünden das hoi ach so dann machen wir das mal das lenkt vielleicht von uns ab schauen wir mal vielleicht lenkt das ja ein wenig ab ne natürlich nicht ist uninteressant oder gibt das uns jetzt neue Möglichkeiten? nö oder? toll das gibt nur eine Möglichkeit dass wir mehr entdeckt werden supi bin ich ja klasse was bringt mir das denn wenn ich jetzt hier rüberspringe? zieht der mich da hinten? alter mit so wenig Munition das ist schon echt das ist schon echt heavy hallo ducken gestirben gestirben alter der hat einen Nagel im Kopf gehabt okay sollten wir mal auf Nummer sicher gehen der hat einen Nagel im Kopf gehabt alter wie sah der denn aus? der hat einen Hammer im Bein oh alter oh 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 die Flasche werden wir mal aufnehmen und werden mal hier oh neue Streichhölzer sehr schön mein Gott das Spiel ist so cool das ist so geil so ein Horror Survival Game habe ich schon lange mal wieder gewartet das erinnert auch unheimlich an Silent Hill ach da hinten steht auch noch einer oh Gott äh ich glaube ich werde mir den als nächstes mal schnappen ja bleib da schön an der Wand bleib da schön an der Wand stehen schön an der Wand stehen bleiben genau ja sehr schön puh das ist puh und natürlich anzünden puh ähm ach wir haben eine Fackel kann man mit der Fackel auch hauen? hm geil ja es sind so viele Wege ich möchte mich doch gerne uah äh weil da oben habe ich gesehen lief auch einer rum jetzt ist natürlich wieder die Frage wo kann man überall herlaufen? weil das ist meistens in diesen oh da ist eine Falle ich sehe es gerade und hier ist auch eine Flasche ja natürlich ach wir können wählen zwischen Fackel und Flamme da wähle ich doch lieber die Fackel umf bist du bescheuert hallo ich will hallo ja halten da stand es gerade schon wieder ich trau mich gar nicht an dieser ich trau mich gar nicht an diese Dings dran ey an diese ja brenn du Sau brenn du Sau brenn du Sau ja brenn du Sau brenn du Sau brenn du Sau alter alter was ist hier los alter was ist hier los wie geil ist das denn war doch klar dass er uns sieht das war sowas von klar boah bitte lass es bloß keine Spinnenviecher hier geben oh wir sind voll ausgerüstet mit äh Medipack sehe ich gerade können wir mal einen nehmen mir fällt gerade auch so viel Medienergie haben wir gar nicht benutzen ah das ist natürlich supi und wir haben mit wenig Leben sogar gespielt die ganze Zeit ist mir gar nicht aufgefallen naja ja äh mich würde einfach mal interessieren schreibt mal in die Kommentare ob euch das auch gefällt dieses Spiel ob das wirklich das ist worauf ihr gewartet habt ob das wirklich ein Survival Horror Action Adventure ist nach eurem Ermessen aber bis jetzt muss ich sagen also Hut ab ey schon krass ich werde die Flasche mal mitnehmen wo ist die Flasche denn hallo Flasche da äh bis jetzt ganz geil gefällt mir gut wo war denn ach der Typ läuft da oben hinter der Mauer kommen wir da lang nee ne da kommen wir doch nicht lang oder ach doch ach das ist so ein kleines Dorf oder was oh wo muss ich denn gibt es denn sowas wie eine Karte Touchpad funktioniert gar nicht shit also ich kann mich entsinnen dass man bei Resident Evil auch mal eine Karte hatte oh mein ach du scheiße ach du kacke während falle entschärfen schleichen und entschärfen ach du kacke wie gut dass ich das gesehen habe das wäre glaube ich übel ausgegangen auf sowas muss man auch achten uah da war noch eine die habe ich gar nicht gesehen boah äh ach du scheiße alter falter da ist noch jemand ich höre ihn schon da ist äh irgendwo das Problem ist ich habe jetzt keine Fackel mehr da ist Dynamite an der Wand sehe ich das richtig Tatsache ah das ist eine Falle vielleicht können wir ihn hier reinlocken hier reinlocken zu uns komm mal ich bin hier huhu ja komm zu mir komm 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 oh das ging ja schneller als gedacht ah ja wuhh 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 alter alter der lebt ja noch ist denn sowas möglich wie gut das wir äh die Feuerzeuge verbessert haben und ich wäre meinen Speicherpunkt sehr sehr dankbar wenn ich jetzt mal wenn jetzt einer kommen würde äh oh sehr schön mein Gott hier gibt es wieder so viel zu entdecken und zu sehen dass ich wieder überall hin möchte das ist das ja immer so wir sind können wir die Flasche wegstecken ja oder ach ne er lässt die Flasche dann fallen äh ist natürlich auch dämlich weil da könnte man eigentlich die Flasche dann mitnehmen und einfach mit der Lampe dann weiterlaufen aber anscheinend möchte das Spiel das so nicht nun gut da bin ich ja mal gespannt ob wir immer noch da hinten hinkommen irgendwann mal mal schauen wer da der Turmwächter ist wahrscheinlich der Glöckner von Notre Dame man weiß es nicht so oh hier ist auch eine Falle sehe ich jetzt erstmal werden wir die mal entschärfen äh hallo entschärfen bitte nicht bitte ne nicht Gott sei Dank ey ich entschärfe mal die die äh die äh Falle so und ich glaube wir müssen noch oben durch das Dorf weil hier geht es anscheinend nicht weiter hier haben wir ein Riesentor was uns den Weg versperrt aber da ist eine Kurbel oder können wir da was tun höh alter 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 Kurbel schneller Kurbel schneller Kurbel schneller Kurbel schneller Kurbel schneller Kurbel schneller oh oh ich glaube ich glaube äh ich glaube nein ich glaube nein ich glaube nein ich glaube äh das ist so gewollt dass wir da noch nicht reinkommen denn das war eigentlich vorher zu sehen scheiße verdammt verdammte Axt fuck verdammte Axt scheiße gut dann gehen wir doch mal oben den Dorfbewohner besuchen den oberen da weil die Jungs die machen ja gerade Party da hinten dann gehen wir mal zu dem hier oben und schauen mal was der hier für uns hat also müssen wir die da irgendwie von dem Tor auch weglocken weil das macht Krach ich habe keine Flasche ich wäre jetzt froh wenn ich eine Flasche hätte weil ich will auch mit Munition sparen ich weiß dass ich zwar vier oh geht schon mal los mit Jucken äh ich weiß dass ich zwar vier Schuss habe in der Pistole das werden jetzt einige sagen aber ey ey du hast vier Schuss in deiner Knarre ja ich weiß aber ich möchte mir das doch sparen weil es es werden doch einige oh der hat wieder ein Ding der hat wieder eine Fackel die können wir wahrscheinlich benutzen dann später für die anderen beiden weil ich möchte es doch sparen mit der Munition weil ich denke mal dass es doch etwas später von Nutzen sein wird dass wir gespart haben die Munition Oh, 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 oh. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Jetzt dreht er sie um, jetzt dreht er sie um. Oh, Gott sei Dank. Puh. Natürlich zünden wir ihn an. Auf Nummer sicher. Selbstverständlich. Und, ähm, ja, dann wollen wir mal schauen, dass wir seine Fackel aufnehmen. Tja, Sebastian, das hättest du dir auch nicht geträumt, ne? Wie heute aufgestanden bist, heute Morgen, dass du hier bist. Ich auch nicht. Oh, oh. Ich habe das ungute Gefühl, dass ich hier nicht lange alleine bin. Ich darf das nicht vergessen, dass ich die Kisten auch zertrümmern kann. Ich denke, da könnte, ah, sieh mal eine an. Da könnte was drin liegen. Oh, eine Karte. Kartenfragment. Nee, oder? Das gibt's nicht. Kartenfragment 2 vor allen Dingen. Jetzt sag mir nicht, wie kann ich denn die Karte aufrufen? Äh. Hallo? Jetzt muss ich mal eben schauen. Klar, Moment. Weil das wurde mir im Spiel ja noch nicht gesagt. Äh, Pause, Medizin, Sprinten, Schnellzugriff auf Gegenstände, Lernen, Inventar, Kamera, Verbrennen, Nachlangen. Okay. Vielleicht kriegen wir das, glaube ich, noch, vielleicht kriegen wir das noch gesagt, aber es sieht förmlich danach aus, als würden wir Stück für Stück erst eine Karte bekommen und das finde ich naja, nicht so pralle. Äh. Sicher ist sicher. Und da kohlt er vor sich hin. Da ist ein Schrank zum Verstecken. Haben wir hier noch was? Nö. Doch, da ist eine Kiste. Aha. Da ist aber nichts drin. Und hier haben wir Töpfe. Hier wurden auch fleißig gekocht. Hier war wahrscheinlich Hannibal Lecter. Oh. Ganz leise. Psst. Nicht vergessen. Ich geh mal weiter. Leise. Man weiß ja nie. Vielleicht ist da irgendwo ein Zombie. Oder auch nicht. Oh. Hier liegt ja die Menge. Auch noch mehr Munition. Dann kann sie sogar unter das Bett verstecken. Was soll denn das? Kann ich hier was lesen? Ich würde gerne lesen. Okay. Wundert mich auch ein bisschen, dass bis jetzt... Aber die kann eh nicht laufen. Also von so an. Hä hä. Das ist mir egal. Ich glaube die brauchen wir nicht. Doch, die hat zwei Beine. Oh. Dann werde ich mal schnell rausgehen hier. Und, ähm, mal eben den Revolver auswählen. Kann ich mir den denn auf die Schnellwahl-Taste? Ach, das geht auch. Ach so. Dann machen wir doch Leben nach oben und dann auf die Schnellwahl-Taste Digikreuz rechts den Revolver und oben ist Leben. Sehr schön. Na, die Fackel hat er jetzt fallen lassen, ne? Ist klar. Ich werde mal eben nachladen. Kleinen Moment. Schauen wir mal eben. Äh, nachladen wir vier eng, ne? Genau. Jawohl, jetzt sind wir wieder super ausgerüstet. Mein Gott, das fängt wieder an zu jucken überall. Aber jetzt hauen wir den Zombies erstmal einen auf den Eumel. Boah, hab ich mich mal mehr bei der einen, äh, Dings so erschrocken. Ich glaub, bei Folge 3 war es gewesen. Jetzt ist die Frage, wo sind die hin? Ah, da hinten. Ich seh schon einen. Einen in der Ferne seh ich schon. Da ist schon einer. Oh, der dreht sich auch noch um. Äh, hä, hä, da ist er. Da ist er. Guck mal, da ist er. Äh, äh, ich komme. Ich komme. Da, Otto. Guck mal, Otto. Guck mal, Otto. Brenn du, Otto. Wo ist er denn? Wo ist er hin? Ist er schon tot? Ich glaube, ja. Ich glaube, es hat sich mit dem schon erledigt. Jetzt muss ich nur wissen, wo der andere ist. Steht der da? Ach, da hinten steht der. Wie gut, dass die Zombies nicht so weit gucken können, weil er hätte mich, glaube ich, jetzt schon gesehen. Also sogar ich musste zweimal hingucken, bis ich ihn gesehen habe. Der stand da hinten an so einer Mauer. Äh, ich werde mal außenrum gehen. Äh, 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 alter, 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 habe ich mich erschrocken. Alter, habe ich mich erschrocken. Entschuldigung. Und nicht noch so groß Spur. Ja, ja, wie gut, dass wir die Fallen entfernt hatten, wollte ich gerade sagen. Alter. Alter. Das gibt's doch nicht. Äh, alter. Erschreck mich doch nicht so. Mann. Da hinten ist er. Oh Gott. Oh, dieser Stress. Ja, komm, drehe dich um. Ja, sehr schön. Genau. So bleiben. So bleiben. Immer. Ja. Immer so bleiben. Ja, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Wunderbar. Wunderbar. Und anzünden. So, sicher ist sicher. Alter. Das war ja wohl mal echt. Oh Gott. Ja, äh, ich würde sagen, in einer weiteren Folge sehen wir dann endlich, was uns hinter diesem schönen Tor erwartet. Und, äh, ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Oh, mein Herz. Und ich bin ganz alleine. Ich habe euch diesmal nicht dabei, wie im Livestream. Das kann ja noch heiter werden. Also, bis demnächst. Mach's gut. Tschüss.